Hey Leute, zurück bei Limbo und ja, wir gucken mal wie es weitergeht. Ich habe keinen Plan. Und das meine ich wirklich so, ich habe keinen Plan. Oh, oh doch, ich habe einen Plan. Ich erinnere mich. Oh mein Gott, das ist sowas wie mit dem Wasser. Naja, vergleichbar. Allerdings... Ja. Das eine macht Schwerkraft, das andere ist magnetisch. Irgendwie... Einer von den Blöcken ist langsamer. Einer von denen ist langsamer. Und das hatte auch wirklich irgendwas damit zu tun. Also so ist ja klar, dass man dann... Oder auch nicht. Da kommt man nicht hoch. Doch, wollte ich schon sagen. Hier kann man sich nicht dranhängen. Also... Wie ging das nochmal? Ah, Moment. War das vielleicht so, wie ich mir das gerade denke? Nein. Moment, 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 Moment. Moment. Ich muss das mal nachgucken gerade. Moment. Wenn ich das jetzt gemacht habe... Wenn ich das jetzt gemacht habe... Dann gehen die nämlich trotzdem nach oben. Moment. Ich muss das mal nachgucken. Moment. Moment. Moment mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Welches sich mir noch nicht wirklich erklärt hat. Aber gut. So, dann müssten wir es jetzt eigentlich geschafft haben. So. So einfach ist es. Man kann es sich aber auch schwer machen. Man siehe den Failpart, den ich da vorgebracht habe, den ihr nicht gesehen habt. Weil das war mir einfach zu peinlich. Äh, das muss echt nicht sein. Okay. Okay. Ah, ich ahne es. Ich hab's geahnt. So. Schnell, 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 schnell. Limbo. Du bist tot, du Idiot. Er ist tot. Aber was soll's. Wir haben schon mal den richtigen Ansatz. Das zählt doch mehr als, was weiß ich. Na, noch ein Stück. Jetzt muss ich's nochmal zurück laufen lassen. Okay. Noch ein Stück. Jetzt hat's gerade geleckt. Das ist unfair. Nein. Du Spasti. Halt dich doch dran fest, Mann. Limbo, ey. Du bist auch echt ein Schmunk. Er dreht sich. Ja. Perfekt, Freunde. Perfekt. Perfekt. Ganz einfach. No. Boah, wäre der da jetzt aufgespießt worden. Hä? Wat, 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 wat? Nein. Nein. Scheiße. Oh, oh, oh. Das war nicht so gut. Aber es lief beinahe richtig. Nur, das lief erst mal nicht richtig. Oh, das lief auch ganz knapp noch gut. Nee, oder? Wir haben's noch geschafft. Wir haben's noch geschafft. Jawohl. Ich muss mich richtig hinsetzen. Was ne Aufregung, Freunde. Okay, was kommt jetzt? Wo muss ich runter? Ich nehm mal an, hier, oder? Ich geh da jetzt einfach runter. Ich hab keine Ahnung, was passiert, aber ich habe so im Kopf die Vermutung, dass wir bald durch sind. Okay, eine Kiste. Oh, 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 oh. Hä? Versteh ich nicht. Ah, doch, Moment. Ich glaube, ich kann mich noch dran erinnern. Einen Moment. So, ich versuch's nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, doch. Ich bin mir sicher. So. Jetzt kann das nämlich weggehen. Boah, das war aber eine knappe Kiste, Freunde. Moment. Wie ging denn das jetzt? Hä? Okay, wir sind tot. Hä, wie ging denn das nochmal? Also auch wieder so eine Timing-Geschichte, das ist ganz klar. Man hört auf jeden Fall. Okay, ich bin wieder tot. Hm. Oh, scheiße. Ah. Ich glaube, ich hab's. Lass mich nochmal runter. Oh, scheiße. Haha. Haha. Jetzt muss aber nur schnell genug sein. Geil, wir haben's geschafft. Okay. Lass mich runter. Nee, Moment. Moment. Ah. Hä? Wie soll das denn gehen? Aha. Wartet mal. Oh, das war falsch. Moment. 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 Ah, ich glaube, ich glaube, ich hab's. Einen Moment. Na, okay. Das war falsch. Ich muss noch einen Moment früher runter. Okay. Und jetzt kann man sich nämlich hier runterlassen. Super. Oh. Ja, Freunde. Das war jetzt nicht so positiv. Das war jetzt nicht so gut. Vielleicht. Ich hüpfe einfach mal hier so in mein Elend. Okay. Aber ich weiß, dass wir jetzt kurz vorm Ziel sind. Also den Part hier, den mach ich jetzt auf jeden Fall noch los. Länger. Weil gleich ist nämlich das Spiel zu Ende. Daran erinnere ich mich noch. Jetzt muss man nämlich aufpassen. Aber wie ging das denn hier nochmal? Okay. Das war falsch. Aber kein Problem. Ach ja, hier musste man auch timen. Timing, timing. Timing, timing. Äh, nein, so war falsch. Okay, so war falsch. Man muss, meiner, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, muss man das so machen. Nein, das war scheiße. Man muss nämlich es schaffen. Wartet. Scheiße. Beim Runterfallen muss man nämlich dann den Schalter betätigen, dass man da durch die Wand fliegt. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Ja. 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 Vielen Dank. So, ich dachte, ich lass euch mal diesen Moment dieser Zeitlupe, dieses epischen Fluges alleine und ja, wir nähern uns dem Ende. Wir haben es tatsächlich bald durch. Unfassbar, aber wirklich bald geschafft. Unfassbar, aber wirklich bald. Unfassbar, aber wirklich bald. Wir haben es gemeinsam geschafft. Achtet mal auf den Hintergrund. Es müsste jetzt eigentlich noch eine kleine Szene kommen. Oder? Ne, es ist... Ah ja, genau. Es ist ein Bild. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt noch was? Auf jeden Fall ist es durch. Und ich muss wirklich, wirklich komplett durch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten... Ja doch, bis zum nächsten Video. Ich habe jetzt noch nicht wirklich einen Plan, was als nächstes kommt. Ich denke mal, hiernach wird Star Wars dann wohl anfangen, wieder neu hochzuladen. Und dann gucken wir mal, was die Zukunft noch so bringt, das Jahr 2013. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss. Und je nachdem, wann ihr das guckt, schönen Tag noch oder schönen Abend. Auf Wiedersehen.